Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rocket League mit dem lieben Sveni! Wir haben uns gedacht, wir machen heute mal wieder ein bissel im Doppel. Vor allem haben wir uns was ganz anderes gedacht. Also wir lassen jetzt die Aufnahme so eine halbe Stunde laufen und gucken uns die ganze Zeit unsere Autos in der Garage an. Genau. Das wird eines Garagen-Video. Ja, ja, genau. Oh, jetzt spielen wir doch. Unser Ziel ist eigentlich mal wieder aus Silber rauszukommen. Genau. Nämlich in Bronze. Aufsteigen kann jeder, Abstieg ist schwerer. Richtig. Ja, ja, komm. Ach du Scheiße, das ist Legolas im gegnerischen Team. Naja. Er schießt uns doch die Bälle mit dem Pfeil in den Bogen runter. Ein Sonner. Was? Ah, schön. Ich geh noch mal ran. Hat halt bloß halb geklappt. Das ist Batman-Auto. Das war nischt. Das war nisch. Ja, das war nisch. Das war nisch. Muss man ganz ehrlich sagen. sehr schön komm schon rein ich lass mal den boost hier ups da war ein solk hab ich zu halb so ich bin mal mitgesprungen ja alles gut dann überlassen ich dir ich hab kein boost mehr schönes spiel das war klasse haben wir verdient deswegen hast du mir noch ein schluck kaffee aufhalten das war eine gute idee warte ich trinke auf alle fahrten octen damit was er macht richtig muss man dazusagen hab ich oh Na doch, Kling. Bruder, ja. Upsala. Kaum ist die Aufnahme an. Schon läuft es nicht mehr. Ups. Och nein. Das war so gewollt, weil wir wollten, haben uns vorher überlegt, dann lassen die alle heute 2-0 führen. Richtig. Weil wir eine Herausforderung suchen. Und dann geben wir unser Bestes danach. Ich hoffe, dass es funktioniert. Der sieht doch schon aus, dass wir gar nicht so schlecht sind. Wenn wir den selber reinhauen, dann wär's. Ach, wenn ich das schon wieder sehe. Ich denke, die sind doch hier mindestens zu dritt. Ja. Ja. Und cheaten tun sie auch. Ja. Genau. Cheater. Faken? Sehr schöner Fake. Ja, komm, gleich wieder angeflogen. Doch nicht. Oh, schade. Oh, schade. Party. Tiefe. Perish. Easy. schöner passt aber ich bin noch zu weit weg da hätte ich was selber machen können er war so gewollt richtig wenn er jetzt schon weg stand aufhören wir haben noch eine halbe minuten zeit genau wir haben uns das gedacht ihr vor den letzten 10 sekunden schöner fein ähm versuch's mal ich hab ihn zumindestens der bill getroffen ach scheiße da hat er nur einen boost geklaut haut nein dafür nein ja das sieht gut aus easy locker flockig bei kamera alles ausgemacht wenig so bei denen ist der eine gegangen ja schade für eine ja das ist serscher oh das wird er da scheiße für uns haha ok ok ich hab ihn ok hast du nein komm und schn Oh, schön. Schön. Oh, nein, Junge. Jawohl. Das ist echt nicht. Wer hätte das gedacht? Und jetzt wird es gleich so sein, dass bei Beten der Aufnahme nicht läuft. Oh, ja, das wäre der Hammer. Ah, schön. Tut gut. Hab ich, ja. Ich fühle mich so, ja. Ich fühle mich so auf der Gewinnerseite irgendwie. Ja. Oh. Ja, Typ wieder. Nein. Nein. Oder warum? Ich hab doch gesagt, nee, das reicht doch. Schieß, kennst mehr. Aber ich. Also, bist du alleine. Ja, ist der recht. Gut gemacht haben wir das. Ja, das soll er machen. Bis ich selber oder so. Ich wollte Gott sagen, du bist alleine hin und her tauschen. Ja, es ist super, das ist nicht geplant. Eigentlich sollte das Ergebnis auch noch schon mal aussehen. Richtig. Söne Scheiße, haben wir es wieder noch nicht geschafft. Aber, was wollen wir machen, ja. Die Rank ist einfach so schwer. Dann, was so stark ist, wie wir. Oh, jetzt kriegen wir richtige Hücke, weil... Ja, ich denke auch. Wir sind so ein bisschen schlecht geworden bei der Aussage. Gut. Die fliegen schon mal teilweise vorbei, das ist schon mal gut. Doch, ich bin so ein. Alles gut. Oh, hier. Krieg ich. Der geht rein. Schönes Ding. Ja, hat er recht. Gehört auch ein bisschen dazu. Ja, man sieht, ich kann extrem gut Englisch. Aber dann. Du wirst, ich kann nicht mehr so richtig, wo ich bin. Ja, auf jeden Fall noch auf dem Spielfeld. Schade, 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 schade. Weil das gebe ich noch nicht richtig hin. Wenn ich den Ball so, ne. Das muss ja eigentlich rückwärts springen, aber ich springe irgendwie immer vorwärts. Du wieder? Jo. Was, Junge? Oh, Junge. Jawohl. Was ist denn heute los mit uns? Sind ja richtige Tiere. Ja, abzitter, Mause. Übelsten Fiecher. Übelsten. Geh ran. Okay. Oh, da hat schon wieder gar keine Lust mehr. Aber hat trotzdem gut gehalten. Scheiße. Soll ich den Blick beswinden. Das hat nicht wieder zu bedeuten. Necken wir den. Ist er? Ui. Weg. Was? Weg? Ja, ich hab das in den Typ mal bitte geschubt. Ja. Hör mal, bitte. Mach ich. Ich schau mir die Beine nicht los. Scheiße. Ballkummer hätte ich erst machen sollen. Hä? Ja. Hab ich gewusst. Ich wollte einfach mal zeigen, dass du mein erstes ESL-Torbert bist. Schöne Schade. Schöne Schade. Ganz schön Schade. Ganz schön Scheiße. Ja, hast du gesehen? Hab ich gesehen. Ja, hast du gesehen? Alter, Junge. Ich hab schon mal eine Pläne getroffen. Leck. Höf, was? Oh, Schade. Oh. Ich hab halt mal mit dem Gegner gekuschelt. Oh, war's schön? Ne. Ja, ich hab schon ein bisschen eifersüchtig, muss ich sagen. Ja, riecht. Ja, komm. Warte, ich übernehme mal. Ja. Ah, jetzt häng ich wieder so blöd an der Wand rum. Oh, fucking. Ja, kann doch gut. Schöner Fake. Auch von dir. Ups. Was mach ich denn jetzt? Ja, komm, spür mal nach vorne. Wasch mal weg. Bau mal Boost. Denn da hab ich. Ne, da ist Utter. Verdammt. Wenn's da scheiß blaues Auto siehst du kaum. Hieran. Genau, machst du richtig. Oh, schön. Oh, jetzt gab's wieder bei mir ein Lag. Ein Lag. Oh, vorsichtig, Nachschuss. Ah, komm. Schwierig, so Nachschuss immer. Na ja. Haben sie ihre Obligatorisch in zwei Toren. Richtig. Ah, wir wollten ja aber, na ja, gut, haben wir diesmal wieder nicht geschafft. Dass die erst mal Vorsprung haben. Das muss man sehen. Leider vier, zwei, vier und lassen. Hab schon einen Ansatz wieder gesehen, wie bescheuert der Typ abspringt. Ich warte mit ihm nicht mehr spielen, sagst du auch. Gleich falsch. Ach. Gut vorgelegt, oder? Rack. Ich hab's gesehen, ja. Könnte ich schon wieder aus der Haut fahren. Na ja, gut. Hab ich geschossen. Schön. Ist gut. Ich hab mal reingelegt. Wollen wir uns jetzt erstreiten, oder was? Oh, Scheiße. Ah, ich hab's schon. Da hier absolut kein Boost. Und ich stehe im Tor. Ah! Jetzt nicht mehr. Ja, du. Hab ich schon erahnt, dass der von hinten kommt. Dieser. Ich würde mich jetzt nicht am Alper dazu äußern. So. Verkäscht er eins. Jeden Moment. Nee, ich kann jetzt ein bisschen mehr. Ja. Ja, das weiße Dracos. Glauben wir denn. Schraub mal ab. Ziegelstehner in der Karre legen, Junge. Ich denk, da guckt er das nicht mehr aus. Geht nicht vorwärts, Junge. Ich kann pusten, die Schwimmen. Ja, ich denk mir, auf so Ziegelstehnen kannst du immer ein bisschen schlittern. Auf so ner Ice-Map. Dann kann er auf der Felge fahren oder auf der Radnabe. Ich wollte gerade sagen, die Felge nehmen wir ja mit. Auf der Radnabe. Schlägt euch schöne Funken, dann kann er sich die Spur sparen. Die sogenannten Funken-Spur. Easy. Uh, da war er noch mal dran. Uh. Das wird... Ah, die sparen auf dem Haufen. Das könnte ein Problem werden. Für die. Hat mich geschubst. Jo, pass. Schön, ich brauche Boost. Das war's. Das war's. Ich mach' nicht raus. Ah! Schade. Uh. Ufff! Nein! Nicht mit uns! Richtig geil! Oh, ich komme ja nicht vom Dach wieder runter. Den habe ich nicht. Oder vielleicht doch. Scheiße! Knall vor, Junge! Gib mir Mühe! Links, rechts, rein, hoch, runter. Darf ich gar nicht mehr wissen, wo es herkommt. Was? Schöner Pass. Aber ich war zu weit. Was? Ja, schöner Pass. So, Pass. Schuss! Hey, das war kein Pass! Entschuldigung. Alles gut. Oh, wie geil. Das war ein Pass, Junge! Ich hätte doch noch rennfahren können. Was? Hab ich! Oh! 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 Das war gut! Hat er nicht schlecht gemacht. Schick, schick! Ich habe einen Schluck Kaffee. Hat man das etwa gehört? Nein! Ja! Ja! Ja, da kommt noch ein. Das war's gut. музы fasst du noch nicht ha coolest. Oh! Feier die Ah fazer das der Rufe. Was man jetzt temos dabei? Geier. Auf! Ein persons. Ich hab noch schnell die Freikamera ausgeschalten. Scheiße. Hab ich. Angst. Nee, gut. Hab ich. Ja, kommt gut. Ja, geiler Pass. Geiler Schuss. Danke. War zwar ganz schön der Kampf da drüben. Ja. Hat sich auch gelohnt. Bist du ein geiler Typ, Junge. Du erstes richtig geiler Bock. Ja. 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 Wunderbar. Danke. Das hast du ganz toll gemacht. Dankeschön. Bitteschön. Das bedeutet mir sehr viel. Davon geh ich aus. Du bringst mir mein Licht in mein Leben. Uhuhu. Fahr du mal. Okay. Ich schweb gerade auf Folge 7. Mein Bus. Oh oh. Oh. Ja. Schön. Weg. Weg. Lass dich mal. Ach, schlossen. Schöner Pass. Ja. Schön. Schön. Achtung. Schön. Nicht mehr so schön. Aber. Ja. Hau noch einen. Ich bin zu weit weg. Ich hab sogar den grün gemeint. Achso. Haha. Ich meine, die Gegner, die fragen sich jetzt zu Recht, habe ich denn überhaupt schon mal Rocket League gespielt? Wenn ich gegen uns spiele, also das ist... Oh ja. Ja, einfach... Pro-Gamer. Vor dem Herrn. Nicht nur vor dem. Ja, weh. Schöne große Fresse. Ja. Bamm. Jawohl. Oh, schön. War erfolgreich, würde ich sagen. Definitiv, ja. Also, erfolgreich war, würde ich sagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, die wir jetzt gleich einen Anschluss drehen, hoffe ich. Natürlich. Bis dahin. Haut rein. Und viel Spaß. Tschüss. 10-1 Moon.